Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Heckklappendämpfer hier hinten am Kofferraum richtig wechseln kann, wenn die sie einfach nicht mehr richtig halten. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst benötigen wir mal zwei neue Dämpfer mit der richtigen Kraft, den Newton und natürlich auch für unser Automodell geeignet und so einen kleinen flachen Schraubendreher. Auch solltest du dir mal noch eine zweite Person holen, die wo die Heckklappe jetzt seit oben hält, dass diese nicht aus Versehen runterfliegen kann, oder du machst es wie ich und klemmst irgendetwas Stabiles, wie hier einen Besenstiel dazwischen. Zuerst einmal gehe ich bei meinem oberen Dämpferteil mit meinem flachen Schraubendreher hin. Mit diesem kann ich jetzt nämlich auch schon unter diese Klammer drunter hebeln und dann die Klammer nicht nach vorne hinweg schießen, da diese sonst überall hinfliegt, sondern so leicht nach oben hin raus hebeln. Das geht relativ gut und danach habe ich sie auch schon, ohne dass ich den Lack irgendwie beschädigt habe. Das selbe Spiel machen wir unten auch, nur dass ich die Klammer dieses Mal nach unten hinweg hebele und sicherheitshalber habe ich jetzt aber auch noch ein Tuch drunter gelegt, dass hier wirklich mit dem Lack auch nichts passieren kann und somit habe ich jetzt auch diese schon raus. Als nächstes kann ich meinen oberen Dämpferteil auch schon nach vorne hin abziehen, das macht Klick und er hat sich von meinem Kugelkopf hier schön gelöst, das selbe Spiel unten natürlich auch, aber hier geht er jetzt schon von alleine raus und danach nehme ich mir mal noch einen Lappen zur Hand und schaue, dass ich diese Kugelköpfe hier oben und natürlich unten das selbe Spiel auch noch schön sauber mache. Wenn wir das haben, noch etwas mehr Zweckfett auf unseren unteren und auch oberen Kugelkopf hier schön verteilen und danach können wir auch schon unseren neuen Dämpfer dran machen. Hier für den Dämpfer zuerst einmal unten richtig herum einsetzen, deswegen ich gebe ihn hier drauf und jetzt mit etwas Druck einrasten lassen und danach setze ich meinen oberen Teil an und lasse auch diesen mit etwas schmackes schön einrasten und somit ist die erste Seite auch schon fertig. Auf der anderen Seite auch erstmal wieder beide Klammern lösen, den Dämpfer entfernen, Kugelköpfe wieder mit einem Tuch schön sauber reinigen, mehr Zweckfett auftragen und schön auf den Kugelköpfen verteilen und den neuen Heckklappendämpfer ansetzen und wieder schön einrasten lassen. Und somit haben wir unseren Heckklappendämpfer jetzt auch schon wieder richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen neuen Heckklappendämpfer, einen kleinen Schraubendreher oder auch so ein Mehrzweckfett hier zulegen möchtest, was man immer mal wieder gebrauchen kann, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. responderって es dann für mich also ääb deport Wednesday wo die Herr